Du, 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 du. Was ist Ihr Fuchs? Sie werden sich jetzt dran machen, die Szene in Prenzlalberg auszukundschaften. Ich arbeite bei der Staatssicherheit und bin auf dich angesetzt worden. Alles klar. Das ist doch unsere erste Nacht. Die haben sich da irgendwo versteckt. Kein Arsch passt so gut in eine Jeans wie deiner und dein Haar da schon. Das ist nicht von mir. Oh, jetzt wird es doch ein bisschen problemat. Also von wem ist der? Keine Ahnung. Wir müssen in diese sogenannte Künstlerszene eindringen. Der operativer Einsatz trägt den Namen LSD. Haben Sie auch ein Rosé? Klärchen. Ich hab's auf Bild. Ich auf Ton. Ich hab's mitgeschrieben. Hast du mal in den Geschreibste von dem Jungen geguckt? Das sind keine Berichte, das sind hier Dichte. Du musst dieses Mädchen heiraten. Ich habe meiner zukünftige Frau zwei Jahre lang observiert. Da wusste ich, dass sie die Rechte ist. Aber die will ich nicht. Du hast einen Befehl. Den kündige ich jetzt. Mit mir! Mit mir! Das ist doch einer von uns. Beide! Du wirst deinen Roman fertig schreiben. Kinder, ich bin nicht der Sandmann. Artigkeit, die sich nicht macht. Hälte sind auch nur Menschen. Mit einem Widerspruchspan. Ausweis. Entschuldigung. Entschuldigung. Entschuldigung, können Sie langsam fahren? Ja. Das ist doch ein Weststadtplan. Unsere sind so ungenau. Warum sind die ungenau? Um den Feind zu verwirren? Aber dann verwirren wir doch nur die eigenen Leute. Untertitelung.